hi neues hausbau update oben ist paul fleißig gewesen der hat jetzt im endeffekt schon mit baumwoll putz da oben die decke einmal gemacht das ding ist der hatte sich jetzt aufgrund der kommentare dafür entschieden und einen anderen bewegungswälder da bestellt da werde ich eventuell eine hohlwanddose einbauen und den dann hin machen weil einer geschrieben hat dass man da nicht mehr hinkäme und paul das cement effekt trotzdem dann per app beispielsweise noch einstellen möchte falls ihm das ganze doch nicht gefällt da der weitergemacht mit der verfugung und gerüst wird jetzt dementsprechend weiter runter kommen die leiter haben sie weggenommen ich müsste mal gucken ob ich damit hinkomme gestern ist nämlich der ich weiß gar nicht glaubt der bruder von paul hier gewesen hat mit ihm gemeinsam die dachdecker arbeiten für die garage gemacht ich habe gesehen wie die diverse holzlatten und so weiter da oben drauf gepackt haben und wo ich heute hin gekommen bin habe ich schon gesehen dass diverse ziegelsteine oben drauf liegen ich gehe mal ein stück zurück aber die leiter reicht auf jeden fall aus um hier auf das gerüst hoch kommen zu können und man hat gesehen dass die mit irgendeinem dichtstoff oder klebstoff die folie entsprechend dann der fassade angeklebt haben häufig sieht man auch irgendwie so blechartige gummi matten mit blech und verschraubungen was dann in die wand geht ich weiß nicht ob paul das in der form auch bekommt aber so sieht auf jeden fall diese art walm dach jetzt aus die haben tatsächlich ich hab's gestern nicht gefilmt die haben aber erst mal die unter konstruktionen gemacht und dann hat nicht gepasst dann haben sie die noch mal mit einem kuhfuß abgemacht die dachlatten um entsprechend wie dann noch mal neu auf maß zu verlegen aber so sollte das auf jeden fall jetzt in ordnung sein gehen wir einmal nach oben auf das gerüst was die hier aufgebaut haben und hier hat ja die dachfolie an die balken welche vom dachstuhl gewesen sind festgetackert und somit ist hier auch alles komplett trocken hier müsste aber tatsächlich bezüglich der regenrinne auch noch weiterhin diverse ziegelsteine bis nach unten gucken wir mal wie die das sementeffekt machen das auf jeden fall die konstruktion jetzt in dem fall hier sieht man an der seite auch noch bis zu dem punkt was die hier gemacht haben hier haben sie schon angefangen zu decken da fängt man ja und man arbeitet sich nach oben und macht dann auch noch diverse wie heißen die teile windhaken oder so sturmhaken haben sie natürlich auch mit eingebracht damit jeder dritte oder so befestigt ist hier haben sie auch noch weitere ziegelsteine hier kann ich auf das andere gerüst geht und so müssen sie jetzt entsprechend noch weiterhin diese sachen erst mal verlegen diverse sturmhaken weiterhin machen aber wir sehen im grunde dass das hier so weit von statten ging ich werde mal rüber gehen dann sehen wir eventuell auch noch mal die abdichtung wie die das da geklebt haben gut dass dieser dieses dach hier nicht so steil ist hier kann man wunderbar laufen hier oben sieht es zum beispiel in der form aus und hier ist das angeklebt da hatten sie eine kartusche und so weiter und haben das rein gespritzt und dann hier herangeklebt dann die fassade einfach damit es dicht ist aber ich glaube wenn die ziegelsteine und so weiter das hier auch noch mal so ein ding sind kommt und dann damit auf jeden fall kein wasser in die steine hin kann hier sehr mauerwerk vom haus und dann ist da ja die garage bzw das ist ja schon proton stein von der garage quasi was dann runter geht in die garage prinzipiell hier die vertefelung hat er ja auch schon angefangen zu machen ist bis zu dem punkt gekommen hier müsste es dann auch im endeffekt weitergehen die ganzen sachen ranzuschrauben hier sieht man das zum beispiel mit den guten schrauben und die ganzen sachen einfach hier auf maß schneiden reinlegen ein klicken stecksystem und eventuell noch schrauben die leiste ist geschraubt damit das mit dem dachkasten auch ganz gut aussieht hier hat er ja schon diverse haken hingemacht ist ja diese dachseite jetzt haben wir schon häufiger gesehen nehme ich mal an und hier müssen dann noch die regen eingebaut werden der muss auch noch dann die abflussrohre unten machen mit den kg rohren und außen um das haus herum er ich glaube er bekommt sogar noch eine zisterne das hat er aber sich für den nachgang im endeffekt aufgehoben bis zu dem punkt ist es jetzt auf jeden fall mit der unter konstruktion des dach ist von statten gegangen hier sieht man auch noch die dichtmasse klebt auf jeden fall richtig gut so wird es gemacht mit der folie dampfsperre oder wie auch immer jedes bezeichnet er hatte ich recht gehabt hier sind die proton steine und auf dem regen anker haben sie die klinker steine gemacht haben sie dort angefangen die den dachstuhl einmal zu legen auf den ring anker welchen wir damals gegossen hatten und dann führt sich das entsprechend hier auch noch weiter bis zu dem punkt das wird doch noch eine spannende geschichte wie das hier am ende zugemacht wird aber das eben im laufe des hausbau updates ich glaube von der außenseite wollte der da riemchen haben ich müsste mal ja die tür ist jetzt abgeschlossen aber das sehen wir tatsächlich dann irgendwann das ja vom haus und so kommt ja die garage noch weiter nach hier deswegen ansonsten dann die ganze konstruktion für das dach fertig gemacht die folie dahin gespannt und jetzt haben sie die latten da oben drauf gemacht und verlegen einfach die dachziegel hier hatten sie noch einen gewissen abstand gelassen und dort auch noch ein bisschen abstand von dem holz und dass sie direkt dran geschraubt so sieht das ganze aus und alles super verbunden jetzt ging es auch hier drinnen weiter das gerüst wurde jetzt umgestellt jetzt hat er hier angefangen noch schon unten weiter zu machen hält sich die steine damit die nicht runter rutschen einmal hat er sich hier in holzkonstruktion hingemacht und hier sieht man auch noch diesen ein stein der dista hält damit es nicht absackt und wenn es trocken das kann es dann weitergehen hier auf der seite sieht man auch dass er schon recht viel gemacht hat von da oben einmal hier alles komplett fertig gemacht bis zur ecke gesamter heizkreisverteiler nachdem dann hier die fugen gemacht wurden kann auch dann die abdeckung schon weggenommen werden hier vom heizkreisverteiler dann kann ich dort die stellantriebe machen und die abzweigdose und so weiter jetzt gehe ich mal nach oben er hat zu mir geschrieben der doch sockelleisten geholt jetzt muss man hier aufpassen wegen der decke und innenecken so dass ich im schlafzimmer weitermachen kann und so haben wir hier einen guten stand und so sieht das bis jetzt aus da oben komme ich jetzt in dem fall nicht ran der hat sich auch einen anderen bewegungsmelder geholt mit wlan funktion dass er die möglichkeit hat das noch umstellen zu können und hier sind die innenecken die er besorgt hat dann werde ich gleich einmal weiter machen um hier die sockelleisten schlafzimmer noch einmal fertig zu machen bis zu dem kompletten punkt und dann ist das auch erst mal ok genau innenecken hat er geholt alles klar passt soweit dann gehe ich wieder runter schauen uns einmal bewegungsmelder an wenn der ein lochabstand von 60 mm hat kann ich da oben eine hohlwanddose einbauen muss ich mal eben gucken und messen so hier habe ich einmal zollstock und hier ist der bewegungsmelder welchen er sich geholt hat 360 grad und extra flacher wlan bewegungsmelder sieht optisch schon mal recht gut aus dann hat man hier leitungseinführungen ich habe auch zwei leitungen eine reingehende spannungsversorgung und eine abgehende zur lampe das kommt dann da rein und dann haben sie ein lochabstand das wir prinzipiell aufmachen um an die innereien ranzukommen aber sieht erstmal nicht so aus als wenn das 60 wäre haben wir 65 das heißt das ist im endeffekt an der decke obwohl ich habe jetzt ein 68 mm loch ich kriege das schon mit einer hohlwanddose die leitungseinführung ist ja eigentlich ist das eher gedacht wenn die leitungen direkt ohne loch das hält so ein aufputz mäßiger ich werde schauen wie ich das montiert bekomme naja es geht tatsächlich bekomme ich den bei der hohlwanddose nicht dran das mit den schraubenabständen würde tatsächlich gerade so noch gehen aber ihr seht schon dass mit der leitungs durchführung wäre dann außerhalb und hier könntest du kein loch in der mitte durchbohren weil hier direkt die platine ist bedeutet wenn ich dieses loch was ich gesägt habe 68 mm habe dann werde ich die leitungseinführung recht weit dort machen dann komme ich auch im endeffekt relativ mittig raus ja der wird ein bisschen versetzt sein eigentlich habe ich jetzt mittig gebohrt das loch damit ich einen unterputzpräsenzmelder mittig einbauen kann ganz einfach jetzt dort ist hier wo die leitungen nicht mittig hinkommen aber wenn ich die leitungen ganz an den rand vom loch rein mache dann habe ich hier decke und hier habe ich auch decke so dass ich das in die decke reinschrauben kann und genau dann denken sich einige ja okay du musst das hier mit den zwei schrauben an der decke fixieren deine leitungen anschließen und dann musst du das gehäuse doch aber wieder hier so in der form drauf machen aber kommst doch hinten nicht ran um die drei schrauben wieder rein zu machen aber da haben die mitgedacht die hersteller man kann diesen teller hier nämlich so ab machen und dann sind die schrauben entsprechend offen und dann kommst du auch an die anschlüsse das heißt das brauchst du im endeffekt gar nicht abschrauben hier hinten du kommst doch so an die anschlüsse ran und kannst die von oben festschrauben ln der end von der lampe und der geschaltete l von der lampe es sei denn du hast 5a trägt dann ln und den geschalteten schwarzen zur lampe naja wie auch immer mache ich dann so ohne rullwanddose einfach so weit nach rechts wie möglich dass das loch abgedeckt ist wird auch komplett abgedeckt sein und da kann ich dann in die decke reinschrauben und dann passt das hier die konstruktion hat er ja mit holz gemacht und gips karton platten und hier setzt er vermutlich auch nicht auf ein metall profil sondern hat sich hier solche holzleisten hingeklebt auf beiden seiten und dann wird das mit gips karton platten vermutlich verkleidet hatte gerade eben noch mal andere reparatur durchgeführt paul hat nämlich zu mir geschrieben dass die maschine ein wackelkontakt hätte immer wenn der hier auf einer gewissen position gewesen ist hat er nicht mehr gearbeitet habe ich auch überprüft hat er recht gehabt jetzt läuft die maschine wieder ohne wackelkontakte ich habe mal hier das gehäuse oben einmal aufgemacht und dann beim abmanteln ist mir schon aufgefallen dass der neutraleiter an einer stelle abgerissen ist jetzt hat es einmal neu abgesetzt hat er enthülsen drauf gemacht festgeschraubt und so sollte der jetzt wieder ein paar jahre laufen sonst hat er hier im hauswirtschaftsraum auch noch das loch einmal verschlossen was dann noch mal mit mörtel zugeschmissen wird und hier ist die fensterbank im hauswirtschaftsraum jetzt auch drin da es ein privatgebrauch ist müsste man prinzipiell der bohrmaschine keiner dg uv prüfung oder so unterziehen ich habe jetzt einfach mal spaßes halber drauf gemacht weil die dinger ja auch irgendwann mal weg müssen dann würde ich sagen das war es mit dem video bis zum nächsten mal tschüss